Willkommen, Intrex-Partner. 2020 war sicherlich ein hartes Jahr für uns alle und trotzdem ist unser Partner-Netzwerk gewachsen. Wir hatten das Glück, viele neue Projekte gemeinsam mit euch zu gewinnen und heute sind wir da, um die Partner-OA 2020 zu verleihen. Sonja, welche Kategorie gibt es dieses Jahr? Wir haben dieses Jahr vier Kategorien. Marketing Commitment, Highest Deal, Highest Revenue und Partner of the Year. Super, dann lass uns schauen, welche Partner welche Preise gewonnen haben. Wir sind gespannt. Für die Kategorie Marketing Commitment zeichnen wir den Partner aus mit den meisten Marketing-Aktivitäten, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Diese können zum Beispiel sein Events, natürlich online letztes Jahr, Kampagnen und noch viele weitere Aktivitäten. Für diesen Preis ist Christopher Hunk, Partner Development Manager, dabei. Christopher. Jetzt vergeben wir den Preis für Marketing Commitment. Möchtest du uns verraten, wer das ist? Natürlich, es wäre mir eine Ehre und eine ganz besondere Freude. Der Preis Partner Marketing Award 2020 geht an Bank Media aus Freiburg. Bank Media hat im letzten Jahr einen ganzen bunten Blumenstrauß an Marketing-Aktivitäten abgeliefert. Druckerzeugnisse, Social Media, Webinare, Workshops im Bankennetzwerk mit den Kunden gemeinsam als Fürsprecher. Genial. Immer mit dem Ziel, anders als andere. Herzlichen Glückwunsch von Freiburg nach Freiburg. Der Award Highest Deal geht an den Partner, der letztes Jahr den höchsten Einzelabschluss bei einem Lizenzauftrag verbuchen konnte. Für diesen Preis habe ich Maria Kluse hier, Partner Development Manager. Maria, welcher Partner hat denn diesen Preis gewonnen? Für die Kategorie Highest Deal Partner des Jahres geht die Auszeichnung nach Absdorf, unweit von Wien entfernt. Es handelt sich in diesem Fall um einen langjährigen Partner, der sich für sein tiefes technisches Know-how, aber auch für seinen Innovationstrang hervorhebt. In diesem Zusammenhang testen Sie immer wieder neue Technologien in Kombination mit Intrex oder gehen unerforschte Wege, um Digitalisierung noch mehr voranzutreiben. Wir gratulieren Xinger Solutions für sein Projekt bei IKEA Kanada und die klasse Leistung, die Sie zu diesem Preis geführt hat. Herzlichen Glückwunsch! Für die letzten beiden Kategorien haben wir nur einen Gewinner. Oh, das ist aber selten. Welche Kategorien sind das denn? Jetzt sind nur noch die Kategorien übrig. Highest Revenue, der Partner hat im letzten Jahr den meisten Gesettzusatz umgesetzt und Partner des Jahres. Das heißt, dass er eben die höchste Punktzahl in unserem Partner-Punktsystem erreicht hat. Alles klar. Ich glaube, die Zuschauer können nicht mehr warten. Ich würde einfach jetzt verraten, wer gewonnen hat. Der Partner hat letztes Jahr vier neue Kunden gewonnen, vor allem in Berlin, und konnte weitere Senatsverwaltungen überzeugen von Intrex. Er hat sogar an der Berliner Verwaltungspreis Preise gewonnen. Und deswegen einen ganz herzlichen Glückwunsch an Jelena, Delia, Martin, Lars und natürlich Nebo und an die Firma Moises aus Hamburg. Glückwunsch für diese tolle zwei Preise. Partner von überall her, habt ihr Lust mitzufeiern? Heute werden wir die Preise für die Partner Awards ausgeben. Okay, jetzt muss ich nochmal üben. Für diesen Preis ist Christopher Hunk Partner Development Manager. Ähm... Shit. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you!